Hallo liebe Zuschauer, Orthomolekularmedizin. Was fehlt euch ein, wenn ihr dieses Wort hört? Es klingt irgendwie ganz seriös und ein bisschen geheimnisvoll, oder? Es heißt zwar Medizin, hat aber eigentlich richtig wenig mit echter Medizin zu tun. Es ist eigentlich nur eine Idee, und zwar eine richtig schlechte und gefährliche. Orthomolekularmedizin ist die Grundlage vieler sinnloser und gefährlicher Therapien und ich möchte mich deswegen damit beschäftigen. Was ist eigentlich Orthomolekularmedizin? Man findet die gängige Definition zum Beispiel auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Orthomolekularmedizin. Orthomolekularmedizin dient der Erhaltung einer guten Gesundheit und der Krankheitsbehandlung durch Veränderung der Konzentrationen von Substanzen im menschlichen Körper, die darin normalerweise vorkommen und für unsere Gesundheit erforderlich sind. Diese präzise Formulierung prägte Linus Pauling 1968, bislang der einzige Wissenschaftler, der zwei Nobelpreise erhielt und diese nicht mit anderen teilen musste. Den ersten für Chemie, den zweiten für Frieden. Es geht also um die richtige und wirksame Dosis natürlicher, im menschlichen Körper vorkommender Moleküle. Der konventionellen Medizin ist das nicht unbekannt. Nur definiert sie es nicht so, obwohl die besten und nebenwirkungsärmsten schulmedizinischen Therapien orthomolekularer Natur sind. Das klingt schon spannend, diese Formulierung ist aber überhaupt nicht präzise. Es wird hier nicht genau definiert, mit welchen Substanzen gearbeitet wird. Es geht in den meisten Fällen um Vitamine und Mikronährstoffe, wie wir das noch sehen werden. Die Definition kam also von Linus Pauling. Die Idee ist schon etwas älter. Seit der Entdeckung der ersten Vitamine gibt es Menschen, die mit diesen Substanzen alles heilen wollen. Dahinter steckt eine sehr einfache, aber leider falsche Logik. Vitamine sind gesund, daher muss mehr noch gesünder sein. Jeder, der sich mit Orthomolekularmedizin beschäftigt, erzählt, dass dieses Konzept von dem zweifachen Nobelpreisträger Linus Pauling entwickelt wurde. Wer würde sich zutrauen, einem Nobelpreisträger zu widersprechen? Warum hat er aber eigentlich seine zwei Nobelpreise bekommen? Oh mein Gott, was ist das? Wikipedia! Macht euch bitte keine Sorgen, ich habe alle Fakten auch anderswo gecheckt und die stimmen, also ganz entspannt. Der eine war ein Friedensnobelpreis, hat also im wissenschaftlichen Sinn überhaupt keine Bedeutung. Der andere war für Chemie, für seine Forschungen über die Natur der chemischen Bindung und ihre Anwendung bei der Aufklärung der Struktur komplexer Substanzen. Er war mit Sicherheit ein brillanter Wissenschaftler, aber auch schlaue Menschen irren sich manchmal. Er war von der Idee besessen, dass hochdosierte Vitamine gegen Krankheiten schützen würden. Er war ein besonders großer Verfechter der hochdosierten Vitamin C-Therapie und wollte damit praktisch alles heilen. Er behauptete, dass dieses Vitamin sogar vor Krebs schützen würde. Er nahm deswegen hochdosiertes Vitamin C ein, starb letztlich trotzdem ausgerechnet an einer Krebskrankheit. Vitamin C hat aber auch unabhängig von ihm ein hohes wissenschaftliches Interesse erweckt. In den letzten Jahrzehnten wurden unzählige Studien mit Vitamin C durchgeführt. Es wurde untersucht, ob Vitamin C eine Krebe vorbeugen oder sie gar heilen könne. Es wurde versucht, mit Vitamin C Herzkrankheiten, neurologischen Krankheiten, metabolischen Krankheiten, Krebs, Knochenbrüche und vieles mehr zu heilen. Das hat nicht geklappt. Vitamin C ist für uns lebenswichtig. Es ist nützlich und gut, aber nicht so, wie sich das Herr Pauling vorgestellt hatte. Es ist vor allem als zusätzliche, ergänzende Therapie interessant. Ich habe eigentlich schon zu diesem Thema ein anderes Video gemacht. Wenn ihr mehr über Vitamin C erfahren möchtet, könnt ihr hier klicken. Wie arbeitet die Orthomolekularmedizin? Auf der Webseite der DGOM findet man diese Info. Manche denken, ein natürlicher Stoff, der viele verschiedene Krankheiten heilen und verhindern soll, habe keinen Wert für eine einzige dieser Krankheiten. Also ich verstehe diesen Satz nicht. Es ergibt keinen Sinn. Es ist jedoch erwiesen, dass zum Beispiel die Einnahme großer Mengen an Vitamin C nicht nur bei viralen und bakterien Infektionen hilft. Das ist nicht bewiesen. Das wird immer mal behauptet. Es gibt aber keine eindeutige Evidenz. Das muss ich betonen, da auf dieser Webseite auch das hier steht. Beweise lassen sich nicht abstufen. Entweder ist etwas bewiesen oder es ist eben nicht. Das werden wir später noch ein bisschen weiter diskutieren. Wir waren aber jetzt gerade bei Vitamin C. Vitamin C hilft also nicht nur bei viralen und bakterien Infektionen, sondern auch bei Krankheiten, die damit gar nicht zusammenzuhängen scheinen. Wie Schizophrenie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Zum einen, man kann mit Vitamin C keine dieser Krankheiten heilen. Zum anderen, ich verstehe diesen Satz immer noch nicht. Manche denken, ein natürlicher Stoff, der viele verschiedene Krankheiten heilen und verhindern soll, habe keinen Wert für eine einzige dieser Krankheiten. Ich gebe auf. Meine Aussagen beschränken sich aber nicht nur auf Vitamin C. Nach aktuellem Wissensstand können hochdosierte Vitaminpräparate keine Krankheiten vorbeugen oder heilen. Ausgenommen natürlich die jeweils spezifischen Erkrankungen, die durch die verschiedenen Mangelzustände entstehen. Egal welches Vitamin wir als Beispiel nehmen, bei einem Blutspiegel von 0 befinden wir uns tief in der Gefahrenzone. Mangelzustände führen zu Krankheiten und sie sind lebensgefährlich. Mit ansteigenden Blutwerten geht es uns schnell deutlich besser. Aber an einem bestimmten Punkt nimmt die relative Nützlichkeit einer fortgesetzten Supplementierung schnell ab. Wir haben einen optimalen Spiegel erreicht. Wenn man von hier aus weiter supplementiert, erreicht man lange nichts mehr. Aber irgendwann mal wird auch das beste Vitamin wie jede Substanz gefährlich. Die evidenzbasierte Medizin sagt, dass Blutwerte in diesem Bereich normal und gesund sind. Wir sollten so lange substituieren, bis wir in diesem Bereich kommen. Viele Alternativmediziner, wie zum Beispiel Anhänger der Orthomolekularmedizin, behaupten dagegen, dass wir unsere Zielwerte deutlich höher setzen sollten. Sie sind überzeugt, dass die positiven Einwirkungen bei höheren Blutwerten zunehmen, aber das konnte bisher niemand eindeutig beweisen. Einige therapeutische Maßnahmen befinden sich sogar in einem toxischen Bereich. Es ist auf der Grafik ziemlich einfach sichtbar, dass diese hohen Blutwerte keinen oder einen minimalen Zusatznutzen bieten können. Bei radikalen Anwendungen müssen wir sogar mit Problemen durch Überdosierung rechnen. Wenn man auf der Webseite weiterliest, findet man gleich diese Aussage. Diese auf wissenschaftlichen Kenntnissen ruhende Überlegungen sind der richtige Weg und wirken integrativ auf die konventionelle Medizin. Das zeigt sich unter anderem auch daran, dass mittlerweile für das Vitamin D die offiziell empfohlene Tagesdosis vervierfacht wurde von 200 auf 800 Einheiten. Diese Menge ist weder durch Sonnenlicht noch mit einer gesunden Ernährungsweise zuführbar und straft alle Lügen, die immer noch wieder besseres Wissen behaupten. Mit einer ausgewogenen Ernährung habe man alles, was man braucht. Der erste Satz hier ist wieder... komisch. Versucht bitte die Bedeutung dieses Satzes mit anderen Worten zu erklären. Was sind bitte auf wissenschaftlichen Kenntnissen ruhende Überlegungen und wie wirken sie integrativ auf die konventionelle Medizin? Diese Überlegungen sind der richtige Weg. Was ist das für eine Art zu argumentieren? Diese Menge ist weder durch Sonnenlicht noch mit einer gesunden Ernährungsweise zuführbar. Das stimmt einfach nicht. 800 Einheiten sind überhaupt nicht viel. 10-20 Minuten in der Sonne oder ein bisschen Lachs reichen schon für 800 Einheiten aus. Locker. Weder durch Sonnenlicht. Wirklich, 800 Einheiten sind nicht durch Sonnenlicht erreichbar? Straft alle Lügen, die immer noch wieder besseres Wissen behaupten. Mit einer ausgewogenen Ernährung habe man alles, was man braucht. Wessen besseres Wissen? Wieder eurer Überzeugung vielleicht. Vitamin D hängt nicht primär mit der Ernährung zusammen, sondern mit einem gesunden Lebensstil. Man sollte sich draußen bewegen und nicht das ganze Leben in geschlossenen Räumen verbringen. Die Erhöhung der empfohlenen Tagesmengen straft keine Lügen. Es ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass die evidenzbasierte Medizin genauso funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Wir wissen immer mehr. Anhand unserer neuen Kenntnisse werden die bereits vorhandenen Empfehlungen immer wieder neu bewertet, re-evaluiert. Es ist keine Schande, wenn man zugibt, dass die bisherige Therapie vielleicht nicht das Beste war. Wir empfehlen heute A. Aber wenn jemand eindeutig und zweifelsfrei beweisen kann, dass B besser wäre, werden wir ab morgen B empfehlen. Das bedeutet, dass wir unsere Empfehlungen immer anhand der neuesten und besten wissenschaftlichen Kenntnissen formulieren und immer wieder anpassen. Wir lernen immer dazu. Man kann aber nicht lernen und sich weiterentwickeln, wenn man nicht bereit ist, den eigenen Wissensstand immer wieder kritisch zu prüfen und eventuell anzupassen. Schlimm wäre es zum Beispiel, wenn jemand immer noch behaupten würde, dass man mit Vitamin-C-Krebskrankheiten vorbeugen kann, wobei wir schon seit langem wissen, dass es nicht möglich ist. Wenn jemand sich an Ideen festbeißt, die schon widerlegt worden sind, ist er kein Held, einfach ignorant. Der Autor wollte zwar mit diesen Sätzen die Überlegenheit der Orthomolekulärmedizin unterstreichen, er stellte stattdessen ein Armutszeugnis für sich selbst aus. Die Akzeptanz der Orthomolekulärmedizin würde sicher ein bisschen mithelfen, eines der großen Probleme der heutigen Zeit zu lösen, nämlich die ständig steigenden Kosten des Gesundheitswesens zu senken. Hier kann die Orthomolekulärmedizin hilfreich eingreifen, Milliardensummen ließen sich allein auf dem Gebiet der kardiovaskulären Krankheiten damit ersparen. Ich behaupte, dass das Gesundheitswesen in Deutschland Milliarden sparen könnte, wenn mehr Menschen den Kanal Sprechstunde mit Dr. Hegedüsch anschauen würden. Und die Quelle? Ich hab's gerade ausgedacht. Lasst uns anschauen, mit welchen präventiven und therapeutischen Maßnahmen sich die erwähnten Milliarden einsparen lassen. Zum Beispiel Arteriosklerose. Diese Studien sind leider nicht auffindbar. Vielleicht, weil sie vor über 100 Jahren gemacht worden sind? Aktuell relevant. Es gibt dennoch reichliche Studien, die den Zusammenhang zwischen Vitamin C, Arteriosklerose und Herzkrankheiten untersucht haben. Die Studien erzählen aber eine andere Geschichte. Es wird hier zum Beispiel behauptet, dass 1,5 Gramm Vitamin C zur Rückbildung fortgeschrittener Plax führte. Das stimmt einfach nicht. Die Plax bilden sich nicht zurück. Dieser phänomenale Ansatz wurde nicht negiert. Es wurde zweifelsfrei bewiesen, dass es nicht funktioniert. Wo sind die Quellen zu diesen fantastischen Sachen? Ach so, es gibt keine. Unter 4 Gramm Vitamin C würde keine Arteriosklerose auftreten. Wenn das funktionieren würde, könnte man die Welt von den schlimmsten und häufigsten Krankheiten wie zum Beispiel Herzinfarkt einfach befreien. Aber das wäre ja die Big Pharma nicht. Das wäre unfassbar. Derjenige, der das beweisen könnte, würde nicht nur die Menschheit retten, einen Nobelpreis bekommen, sondern auch Geld und Ruhm ohne Ende. Warum hat das bisher niemand gemacht? Man bräuchte dazu nur eine einzige gute Studie. Warum macht das die Deutsche Gesellschaft für Orthomolekularmedizin nicht? Na komm, los! Mach mal! Eine einzige Studie in der Nature oder in der Science veröffentlicht und die Sache ist erledigt. Es kann kein Mensch mehr auf dieser Erde irgendwas Schlimmes über die Orthomolekularmedizin sagen. Ihr werdet die größte Helden dieser Welt werden. Auch wenn die zahlreichen Gesellschaften für Orthomolekularmedizin das nicht schaffen, gibt es wirklich keine einzige unabhängige Forschungsgruppe auf dieser Welt, die das machen will. Wirklich niemand. Ist es wirklich einfacher, diese Lüge bis zum letzten Punkt so extrem zu verteidigen, anstatt vielleicht irgendwann mal einzusehen, dass man sich doch geirrt hat? Das Schönste an der Wissenschaft ist, dass man die Wahrheit nicht lange vertuschen kann. Sie kommt früher oder später ans Licht. Es wurden bereits tausende Studien zum Thema Vitamin C durchgeführt. Viele wollten beweisen, dass Vitamin C ein Allheilmittel ist. Das hat bisher nicht geklappt, weil es nicht stimmt. Was erwartet man aber von einer Gesellschaft, die auf ihrer Webseite sowas schreibt? Heutzutage haben bedauerlicherweise im Mainstream nur noch medizinische Veröffentlichungen einen Stellenwert, die den beiden höchsten Stufen Level 1 und 2 einer kategorisierten, evidenzbasierten Medizin genügen. Das sind große systematische Übersichtsarbeiten und randomisierte kontrollierte Studien. Methodisch gut konzipierte Studien ohne Randomisierung und klinische Berichte oder erstaunlicherweise Expertenmeinungen werden als Wirksamkeitnachweis de facto nicht mehr akzeptiert. Augenfälligkeit kann graduiert werden, eben mehr oder weniger augenfällig sein. Beweise lassen sich nicht abstufen, entweder ist etwas bewiesen oder es ist eben nicht. Mit dieser falsch verstanden, fehlinterpretierten und von der großindustrie instrumentalisierten EBM hat die Medizin auf das falsche Pferd gesetzt. Ich könnte heulen. Beweise lassen sich nicht abstufen, entweder ist etwas bewiesen oder es ist es eben nicht. So denken viele Menschen, die von Wissenschaften überhaupt keine Ahnung haben. Gucken wir mal bitte nur kurz an, was eigentlich ein Beweis ist. Ein Beweis ist die Gesamtheit von bestätigenden Umständen, Sachverhalten und Schlussfolgerungen, nicht einzelne Meinungen. Es wird hier kritisiert, dass Expertenmeinungen nicht mehr als Wirksamkeitsnachweis akzeptiert werden. Natürlich nicht. Wir brauchen genau deswegen gute Evidenz, weil wir Sachen beweisen wollen. Die Meinung eines Experten ist natürlich nicht entscheidend. Experten werden gerne angehört, aber sie können alleine keine sehr gute Evidenz liefern. An einer Studie arbeiten zig Experten zusammen und auch das reicht nicht aus, die höchste Evidenzklasse zu erreichen. Dazu müssen alle Störfaktoren, die eine objektive Beurteilung beeinflussen können, wie zum Beispiel subjektive Gefühle, rechnerische oder menschliche Fehler, Zufall ausgeschlossen werden. Daher die Randomisierung und daher die hochkomplexe statistische Analysen. Solche Sätze wiederholen sich auf der Webseite und sie sind ein Teil der kindischen Rhetorik der Autorin. Sie denken und behaupten, dass sie selbst Experten sind. Sie können aber ihre Thesen nicht beweisen und werden deswegen nicht ernst genommen. Sie akzeptieren nicht, dass sie sich irren und ignorieren jede Evidenz, die ihrer Meinung widerspricht. Statt das zu akzeptieren, beschimpfen sie die medizinische Welt. Wenn wir also nicht ihre Meinung teilen, sind wir doof. Man kann eine solche Reaktion bei einem Kind noch einigermaßen verstehen, aber nicht bei Menschen, die sich als Wissenschaftler bezeichnen wollen. Alzheimer-Krankheit. Sie haben die Studie zwar nicht verlinkt, aber ich habe sie gefunden. Es ist hier schön beschrieben, dass ein Vitamin-B-12-Mangel das Fortschreiten der Hirnatrophie verlangsamen kann. Das ist seit längerer Zeit bekannt und darüber wird natürlich diskutiert. Die erwähnte Studie wurde im Jahr 2013 durchgeführt. Es wurde in dieser Richtung danach und auch schon davor geforscht. Die Ernährungsumschau hatte fast 10 Jahre vor dieser Studie eine allgemeine Vitamin-B-12-Supplementation für ältere Menschen empfohlen. Ältere Herrschaften sind sehr häufig unterversorgt und das wissen wir. Eine routinemäßige Vitamin-B-12-Wertbestimmung wird sogar in der Demenzleitlinie seit vielen Jahren empfohlen. Ich sehe also das Problem nicht. Sowohl die Fachpresse als auch die Laienpresse hatte sich schon ziemlich häufig und ausführlich mit diesem Thema befasst. Also, liebe Orthomolekular-Laien, keine Sorgen. Es wurde nur der Sensationsaspekt weggelassen. Das Thema ist nicht vergessen. Sie können aber nicht nur chronische Krankheiten heilen, sondern auch das Coronavirus. Für solche Äußerungen haben schon manche Experten Abmahnungen und Bußgelder bekommen. Man kann die Infektion mit Vitamin C vermeiden. Diese Behauptung ist falsch und gefährlich. 20 oder 30 Gramm am Tag einzunehmen ist absoluter Unsinn. Es wird zum einen nicht aufgenommen und auch wenn diese Menge direkt ins Blut injiziert worden wäre, würde es nicht schützen. Diese eine Gesellschaft repräsentiert die Gesamtheit der Orthomolekular-Medizin nicht vollständig. Ich habe weiter recherchiert und habe auch Ärzte gefunden, die sich als Orthomolekular-Mediziner bezeichnen. In diesem Artikel von einem Arztkollegen werden die unterschiedlichen Therapieoptionen des Bluthochdrucks besprochen. Der Kollege listet nicht nur die medikamentösen Optionen auf, sondern auch die orthomolekularen Behandlungsmöglichkeiten. Es ist mir sympathisch, dass der Autor zunächst die normale Diagnostik empfiehlt. Ganz am Ende erfindet er einzige spezielle Laboruntersuchungen, die meiner Meinung nach keinen Sinn ergeben. Man darf aber ja unterschiedliche Meinungen haben. Laboruntersuchungen schaden sowieso niemandem, nur die eventuell abgeleiteten falschen Therapiekonsequenzen. Ich würde bestreiten, dass man zum Beispiel die Leistung des Immunsystems im Labor wirklich messen kann, zudem ist es gar nicht so klar, was man unter Leistung versteht. Der Kollege beschreibt seine Vorgehensweise detailliert wie folgt. Er beginnt seine Therapie mit einer Beratung zur konsequenten Lebensstilanpassung und gibt dazu gleich eine Kombinationstherapie aus Mikronährstoffen. Ziemlich viel Mikronährstoffe, aber gut, warum nicht? Er beobachtet den Patienten über einigen Wochen und gibt eventuell weitere Mikronährstoffe dazu. Wenn die Therapie in drei Monaten keine ausreichend gute Wirkung zeigt, ergänzt er diese Behandlung mit den klassischen Blutdruckmedikamenten. Diese Vorgehensweise birgt für die Patienten kein gesundheitliches Risiko. Es ist medizinisch gesehen korrekt. Es wäre aber auch absolut korrekt, wenn wir die ganze Orthomolekularmedizin einfach weglassen würden. Die ersten Therapiemaßnahmen bei einem neu entdeckten Blutdruckdruck sollten Lebensstilländerungen sein. Der Patient sollte abnehmen, sich mehr bewegen, weniger trinken, aufhören zu rauchen, sein Stresslevel reduzieren und so weiter. Das dauert. Das dauert Monate. Es ist völlig legitim, nach der initialen Beratung erstmal drei, sechs Monate abzuwarten, um zu sehen, ob die Lebensstilländerungen die gewünschte Wirkung erzielen oder nicht. Es ist in vielen Fällen vollkommen genug, wenn die Patienten ein paar Kilos abnehmen, die Zigaretten ablegen und Stress meiden. Viele brauchen dann gar keine Therapie mehr. Die Blutdruckwerte werden normal. Wenn wir aber in dieser ersten Zeit gleich mit Mikronährstoffen anfangen, wie können wir feststellen, ob die Mikronährstoffe, die Lebensstilländerungen oder die Kombination dieser beiden geholfen haben? Es ist nicht möglich. Wenn wir behaupten, dass es die Mikronährstoffe gewesen sind, wie lange sollte dann der Patient dieser nach Normalisierung der Blutdruckwerte noch einnehmen? Ein Leben lang? Ein Leben lang sechs verschiedene Präparate? Oder mehr? Ich weiß, ihr könnt 100.000 Einheiten Vitamin D für 15 Cent kaufen. Glaub mir, es würde aber kosten. Alleine Resveratrol kostet 20 bis 80 Euro und die Krankenkasse wird diese Kosten nicht übernehmen. Man kann ja aber ein bisschen am Frühstück sparen, das stimmt. Wenn man jeden Tag eine Schüssel voll Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, wird man ja auch satt. Ein Beweis dafür, dass diese Mikronährstofftherapie hilft, gibt es nicht. Bei diesem Konzept kann man aber im schlimmsten Fall nur ein bisschen Geld verlieren, sonst nichts. Es besteht keine richtig relevante Patientengefährdung. Die Präparate sind in dieser Dosierung völlig unbedenklich, also alles gut. Der Patient ist beschäftigt, der Doktor verdient vielleicht ein bisschen dran und die beiden glauben an irgendwas Tolles. Also es ist alles gut. Hauptsache die Blutdruckwerte gehen runter. Das würden sie zwar wahrscheinlich ohnehin tun, aber hey, das wäre total langweilig. Beweg dich, nimm ab, hör auf zu rauchen. Und klingt nicht mal annähernd so cool wie im Rahmen des ganzheitlichen und otomolekularen Therapiekonzepts empfehle ich Ihnen diese lebenswichtigen Mikronährstoffe. Ich möchte noch einmal betonen, es ist nicht unbedingt schädlich, nur überflüssig. Otomolekularmedizin wird aber in der ersten Linie nicht von Ärzten praktiziert, sondern von Heilpraktikern. Die Qualifikation Vitalstoffberater oder Otomolekulartherapeut könnt ihr für etwa 1000 Euro in 8 Stunden erwerben. Wenn ihr hier in Sachsen-Angeln gehen möchtet, müsst ihr einen 30 Stunden langen Lehrgang absolvieren, nur zum Vergleich. In diesen 8 Stunden kann man also so viel über Nährstoffe und den menschlichen Körper lernen, dass man gleich andere beraten darf. Mal ganz ehrlich, ist das ein Witz? Otomolekulartherapeuten werden Heilpraktiker, die diesen Kurs besucht haben. Heißt das aber wirklich, dass sie sich besser mit Medizin auskennen? Wenn man in Deutschland Heilpraktiker werden möchte, muss man nämlich keine fundierte Ausbildung nachweisen, sondern nur eine Prüfung bestehen. Da wird auch nicht geprüft, ob der Kandidat sich wirklich gut auskennt oder wirklich helfen kann. Es muss nachgewiesen werden, dass der Kandidat keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellt. Wenn man die verschiedenen Ausbildungsangebote durchguckt, sieht man, dass es enorme Unterschiede gibt. Man kann an einem Vollzeitstudium teilnehmen und für 18 oder 24 Monate 16 Stunden die Woche in die Schule gehen. Oder man lernt nur 5 Stunden die Woche. Oder man geht gar nicht in die Schule. Sagt mir nicht, dass ein Teilnehmer des Vollzeitstudiums und ein Teilnehmer des Heimstudiums die gleiche Ausbildung bekommen. Es gibt keinen Standard, daher müssen die Heilpraktiker zwangsläufig sehr unterschiedlich ausgebildet sein. Eine Prüfung ist nicht entscheidend, damit kann man keine gute Ausbildungsqualität garantieren. Vielleicht genau deswegen muss nur bewiesen werden, dass sie nicht gefährlich sind. Aber ob sie gut sind? Manche schon, keine Frage. Es gibt aber viele schwarze Schafe. Ich lese und sehe immer wieder falsche Behauptungen, Fehlinformationen und gefährliche Therapieansätze. Ich habe zum Beispiel einfach danach gesucht, wie ich mich zum Orthomolekularmediziner ausbilden könnte. Eine der ersten Treffer war diese Heilpraktikerschule hier. Sie haben eine Dozentin, die sich mit einem Stethoskop fotografieren ließ, was bekannterweise das wichtigste Arbeitsinstrument jedes Heilpraktikers ist. Auf der Webseite gibt es zugleich ein Video, in dem sie erklärt, was eigentlich Orthomolekularmedizin ist. Bitte nicht vergessen, sie ist eine Dozentin und bildet Orthomolekulartherapeuten aus. Also Orthomolekulare Medizin kann man auch anders nennen. Wir können jetzt sagen, die Medizin der Mikronährstoffe, die Mikronährstofftherapie, die Mitochondrientherapie oder die Mikroernährung. Alles ist eigentlich das Gleiche und damit merkt man schon, Orthomolekulare Medizin klingt halt gut. Deshalb heißt es auch so und bei vielen Heilpraktikern steht eben das dann auf dem Schild. Im Grunde geht es darum, dass wir hier mit den Mikronährstoffen, so wie wir sie auch in der Ernährung haben, ganz konzentriert arbeiten. Unser Körper ist ja darauf angewiesen, auf die Mikronährstoffe, die eigentlich durch die Ernährung kommen sollten, weil die Mikronährstoffe, über die wir sprechen, sind essentiell. Das heißt, unser Körper kann sie nicht herstellen. Er ist nicht in der Lage, B-Vitamine herzustellen. Er kann kein Vitamin C herstellen. Das hat er irgendwie verlernt. Und deshalb müssen wir diese Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme mit der Nahrung aufnehmen. Das funktioniert nicht immer. Man muss natürlich trotzdem auf eine gesunde Ernährung gucken. Aber in bestimmten Fällen müssen wir praktisch substituieren. Dann müssen wir zusätzlich diese Mikronährstoffe aufnehmen, damit unser Körper überhaupt funktioniert. Das ist orthomolekulare Medizin. Kannst du ein paar Worte zu Linus Pauling sagen, der das Ganze in die Wege gebracht hat? Ja, Linus Pauling, dem sind wir natürlich sehr, sehr dankbar. Er hatte dafür ja auch einen Nobelpreis bekommen. Linus Pauling hatte seinen Nobelpreis nicht für orthomolekulare Medizin bekommen. Seinen Nobelpreis hatte damit nichts zu tun. Und er hat an seinem eigenen Körper praktisch probiert mit hochdosiertem Vitamin C. 18 Gramm hat er pro Tag genommen, über Infusion natürlich. Und er hat dann eben festgestellt, da gibt es viele Studien, dass mit diesem hochdosierten Vitamin C tatsächlich Herzerkrankungen geheilt werden kann. Und auch man für oder gegen Herzerkrankungen präventiv mit diesem hohen Vitamin C arbeiten kann. Das hatte er wirklich getan. Es stimmt aber leider nicht, dass es viele Studien gäbe, die diese Behauptungen beweisen würden. Es konnte in den letzten 40 Jahren nicht bewiesen werden, dass Vitamin C gegen Herzkrankheiten schützen würde. Und über Heilung kann man überhaupt nicht reden. Das ist unumstritten nicht möglich. Solche Sachen kann man anhand der aktuellen wissenschaftlichen Stand nicht behaupten. Und in Deutschland darf man übrigens auch nicht, weil man zum Glück Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel nicht mit Haiversprechen bewerben darf. Und viel wird ja darüber gesprochen, dass zum Beispiel unser Obst heute anders ist als noch vor 50 Jahren. Hat das mit der Mikroernährung zu tun? Definitiv auch, weil es ist einfach so, dass wir allein durch die toxische Belastung, durch die Pestizide, die natürlich auch oftmals Bioprodukte mit beeinträchtigt, dass einfach hier die ganzen Vitalstoffe, nennen wir sie mal so, obwohl es falsch ist, aber jeder weiß, was damit gemeint ist, einfach nicht mehr in dieser Menge vorhanden sind, wie der Körper es benötigt, ganz genau. Dass unser Essen nicht mehr so gut ist wie vor 50 Jahren, hört man immer wieder. Wenn ihr euch zu diesem Thema weiter informieren wollt, kann ich euch diese schöne Studie empfehlen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Nur ganz kurz, um euch Lust aufs Lesen zu machen. Es wurden Untersuchungen mit konservierten Erbbodenproben der letzten 160 Jahren durchgeführt und es konnte gezeigt werden, dass der Gehalt an wichtigen Mineralstoffen sich nicht geändert hat. Der Mineral- und Nährstoffgehalt von Getreide, Gemüse und Früchten zeigen enorm hohe normale Schwankungen. Die von einigen berichtete Verminderung des Nährstoffgehalts ist im Rahmen der bekannten normalen Variabilität. Ein Stück Wahrheit steckt aber natürlich auch in dieser Theorie. Manche moderne, hochgezüchtete Pflanzen produzieren Früchte, darunter verstehe ich jetzt Getreide, Frucht und Gemüse, die größer sind als vor 100 Jahren. Der Nährstoffgehalt hat sich aber nicht wesentlich vergrößert. Die Frucht ist also bei gleichem Mineralstoffgehalt größer geworden. Sie enthält dadurch proportionell weniger Mineralien und Nährstoffe, wobei die Absolutwerte sich nicht groß geändert haben. Die Nährstoffe werden durch die Größenzunahme sozusagen verdünnt. Wenn man auf gute Qualität achtet und regionale Produkte kauft, hat man dieses Problem kaum. Es ist auch heute problemlos möglich, durch Konsum von Obst und Gemüse alle wichtigen Mineralstoffe und Vitamine zu uns zu nehmen. Ja, aber die Bananen werden unreif geerntet, sie reisen quer durch die ganze Welt und sie sind überhaupt nicht mehr so nährhaft wie vor 50 Jahren. Das mag stimmen, aber überleg mal ganz kurz, wie viele Bananen wurden vor 50 Jahren in Europa gegessen? Ich glaube nicht, dass exotische Früchte in Bezug auf die gesunde Ernährung wirklich ein relevantes Problem sind. Unsere Nährbüden sind nicht schlecht geworden. Unsere Nahrung ist in Ordnung. Für weitere spannende Details lest ihr doch diese tolle Studie. Diese Aussage war also wieder falsch. Also man sagt ja so grundsätzlich immer, Veganer brauchen alle Vitamin B12 und das ist nicht ganz richtig. Das kommt immer darauf an, was der Veganer ist, auch wenn er eben keine tierischen Produkte isst, braucht er das nicht unbedingt. Ja, also da muss man wirklich... Vitamin B12 kommt in ausreichender Menge nur in tierischen Produkten vor. Eine strikt vegane Ernährungsweise führt zu einem Vitamin B12-Mangel. Veganer brauchen Vitamin B12 unbedingt. Punkt. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Weil gerade beim Rauchen, kann man sich sehr gut vorstellen, sind, weiß ich nicht wie viele verschiedene chemische Produkte, die man praktisch mit aufnimmt beim Rauchen. 40 davon sind krebserregend zum Beispiel. Nicht 40, sondern deutlich mehr, aber das ist nur eine Kleinigkeit. Dann gibt es natürlich auch viele Sachen, dass wir sagen, das Immunsystem zu stärken. Ja, das Immunsystem, da weiß jeder, okay, Vitamin C, wenn ich jetzt krank bin, esse ich mal Vitamin C, aber es gibt noch viele andere. Ja, das denken viele und das ist falsch. Wenn man krank ist, hilft Vitamin C nicht und das wurde schon zweifelsohne bewiesen. Ich zähle aber eine eventuelle leichte Minderung der Symptome nicht zu echter Hilfe. Das kann nämlich schon passieren. Und welche Kosten kommen auf einen Patienten zu, wenn er seine Mikroernährung einstellen möchte? Ja, es ist halt so, dass die Mikroernährung, Mikrovitamine, Mineralstoffe von keiner Krankenkasse bezahlt werden, auch nicht von der privaten. Das heißt, das muss man immer aus eigener Tasche zahlen. Tja, so ist das. Aber gerade am Anfang kann es schon mal ein bisschen ins Geld gehen. Wo bezieht man klassischerweise die Mikroernährung? Also das ist ja so, dass die Patienten das am besten ihrem Therapeuten lassen sollten, weil der weiß, wo es wirklich hochdosierte Produkte gibt. Also beim Discounter sollte man sie nicht kaufen. Da zahlt man im Grunde mehr. Es wäre aber vielleicht noch zu erwähnen, dass viele Therapeuten ausgerechnet mit dem Verkauf von verschiedenen Produkten Kasse machen. So äußert sich also eine Dozentin, die für die Ausbildung weiterer Orthomolekularmediziner verantwortlich ist. Orthomolekularmedizin ist nicht nur in der Lage, neue Therapien zu entwickeln. Sie denkt sich auch neue, nicht existierende Krankheiten aus. Ein gutes Beispiel ist die Hemopyrolactam-Uri oder Cryptopyrol-Uri. Um genauer zu verstehen, warum diese Krankheit nicht existiert, müssen wir erst eine Studie finden, in der beschrieben wird, was sie eigentlich sein sollte. Ich habe eine Online-Petition zur Anerkennung dieser Krankheit als echte Erkrankung gefunden. Unglaublich. Sie geben hier einige Referenzen an. Ich habe diese genauer unter die Lupe genommen. 1958 wurde im Urin einiger psychiatrischer Patienten ein Stoff, der sogenannte Mohr-Faktor, entdeckt. Einige Jahre später wurde erkannt, dass dieser Faktor eigentlich eine Art Hemopyrol, Hydroxy-Hemopyrolin ist. Dieser Stoff ist extrem schwer zu messen. Der Urin muss in Dunkelheit abgenommen werden und dunkel gelagert werden. Man muss es stabilisieren oder einfrieren. Erhöhte Werte wurden bei vielen unterschiedlichen Erkrankungen gefunden. Warum das so ist, wo der Mohr-Faktor herkommt und was er macht, ist nicht bekannt. Es wurde aber beobachtet, dass eine Vitamin-B6- und Zingabe den Urinwert normalisiert. Es ist nicht klar, warum. Die Datenlage suggeriert, dass der Mohr-Faktor ein Biomarker eines Vitamin-B6-Mangels sein könnte. Ein Vitamin-B6-Mangel ist ohnehin mit neurologischen Störungen assoziiert. Es wäre also eine glaubhafte Erklärung. Man kann auch nicht mehr rein interpretieren. Wenn ihr jemanden kennt, der an diese Erkrankung glaubt, solltet ihr folgende Fragen stellen. Wo kommt der Mohr-Faktor her? Aus welchem Ausgangsstoff entsteht er? Es wurde nachgewiesen, dass eine Vitamin-B6- und Zing-Supplementation den Wert im Urin senkt. Durch welche Mechanismen findet diese Senkung statt? Diese Frage wäre ganz wichtig, weil wir zum Beispiel gar nicht wissen, ob die Supplementation wirklich die Entstehung des Faktors hemmt oder vielleicht die bereits gebildeten Moleküle abbaut. Letzteres würde heißen, dass die Supplementation lediglich die Evidenz verschwinden lässt, aber eigentlich gar nichts ändert. Um zu demonstrieren, wie falsch es ist, einen Biomarker mit einer Krankheit gleichzusetzen, schauen wir einen anderen Biomarker an. Troponin-T ist ein Enzym, dessen Blutspiegel beim Absterben von Herzmuskelzellen, zum Beispiel bei einem Herzinfarkt, ansteigt. Erhöhte Troponin-Werte sind Krankkraft. Die Krankheit ist aber nicht der erhöhte Troponin-Wert, sondern der Herzinfarkt. Wir geben keine Medikamente, um den Troponinspiegel zu senken, sondern wir behandeln den Herzinfarkt. Wenn der Morphfaktor ein Biomarker eines Vitamin-B6-Mangels ist, heißt die Erkrankung Vitamin-B6-Mangel und nicht Cryptopyrrol-Uri. Genauso heißen Troponin-Werterhöhungen meistens Herzinfarkt und nicht Hypertroponinämie. Diese angebliche Krankheit ist so absurd und so falsch, dass es für die meisten Fachmänner ziemlich eindeutig ist, dass man hier keine weiteren Studien braucht. Es wurden dennoch welche gemacht. Studien, die in den 70er Jahren durchgeführt worden sind, fanden keine Assoziation zwischen dem Morphfaktor und psychischen Erkrankungen. Es konnten keine Vorteile einer Megavitamin-Therapie bewiesen werden. Die Cryptopyrrole und der Morphfaktor wurden bereits in den 80er Jahren diskreditiert. Daraufhin hatte Herr Hoffmann, der Entdecker des Morphfaktors, eine Zeitung der Schizophrenie gegründet und seine Thesen weiter publiziert. Diese Zeitung wurde später in der Zeitung der Orthomolekularmedizin umbenannt. Es existiert aber bis heute keine Evidenz, die irgendeine nutzende Morphfaktor-Bestimmung belegen würde. Das Arzneitelegramm schiebt 2012 Folgendes über diese Krankheit. Bis heute wird das Krankheitskonzept jedoch als die vergessene Stoppwechselstörung in der Alternativmedizin und hier vor allem von Vertretern der Orthomolekularmedizin propagiert. Niederländische Autoren, die sich 2003 kritisch mit der Hämopyrrolaktamurie auseinandergesetzt haben, sprechen unseres Erdachtens zu Recht von einer Pseudokrankheit. Man könnte noch sicherlich zahlreiche weitere Beispiele nennen, dann wäre aber das Video noch länger und ich denke, es reicht erstmal. Ich wollte euch auf dieses Problem aufmerksam machen und euch vor Orthomolekularmediziner warnen. Wenn ihr noch weitere interessante Pseudokrankheiten oder komische Therapiekonzepte dieser Mediziner kennt, schreibt mir bitte in die Kommentare und ich werde eventuell ein zweites Video drüber machen. Habt ihr schon mal irgendwas mit Orthomolekularmediziner zu tun gehabt und wie war dann eure Erfahrung? Ich finde dieses Thema super interessant, also würde mich über jeder Kommentar freuen. Danke fürs Zuschauen, bis bald!